Musik 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 Ach hey, du bist doch so bezaukel. Du darfst du schon nicht rein? Aha! Nein! Ich bin überhaupt nicht schön. Eine hässliche alte Schachtel. Achtung, hey, du entstimmst. Nein! Cassandra the Cat wird dich heute Abend nicht zurecht machen. Und auch an keinem anderen Abend mehr. Ach um je. Hilf mir wenigstens. Mach es für mich. Ah! Nein, verständlich. Cassandra, ich bin der Doktor. Ich hab quasi niemanden. Schnellt. Mac Mary Mary. Sicher nicht. Sie hat nicht mal in die Ström gefahren. Ich hab sofort das Blöde durch erwähnt. Nein! Nein! Das ist schnäppelig. Ich bin richtig. Also bist du da. Alles. 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 Ich hab jetzt mit einem bewahrbaren Applaus. Cassandra the Cat. Fizzeschön. Nein. Nein, nein, nein. Bräum, nein. Dann darf ich mich tanzen. Was hat die anderen, dass ich mich fange? Du hast etwas, das die anderen nicht haben. Du hast kochen. Also los, heiße Küche, mach das Essen! Du bist sofort in den Berücken ab. Wie sagst du, Sir Jerry? Dann sag ich, das ist ein Rendezvous mit einem anderen Mann. Hau ab! Ich bin rot. Was? Kannst du nicht schreiben oder am Telefon sagen? Ah, komm doch mal an! Du hast doch gemerkt, dass ich da übrigens gelöst habe. Ich denke, dass es in Ordnung ist. Es ist gut so. Ich habe immer träumt, dass es auch so nicht gut ist. Wir haben dich gefragt, was der Vater von diesem Jungen angeboten ist. Sein Vater? Ja. Also, sein Vater... Er arbeitet mit Kunst. Kunst? Nein, ich meine natürlich mit Kultur. Genau, er ist Kultur. Das ist eher die griechische Botschaft. Oh, wie schön! Sie ist diplomatisch! Was ist das? Gülle? Ja, ich denke mal an die Abwechslung anstatt die Kopf heilen. Du, warum merkst du mir eigentlich nicht gesagt, dass der Georgi kommt, der böse Mann? Du, warum? Du, warum? Du, warum? Herr Kennigum, lass mich mal auftreten. Du hast einfach Schiss... ...von mein Temperament. Von mit was? Von meinem Fühl! Meiner Leidenschaft! Ich bin schiss, ich bin zu primitiv mit deinen kleinen Östrogen-Damen aufgestatten. Da klingt's mir noch so... Ach, gut! Und jetzt ist mir so anders irgendwie so gehn! Oh, für dich, Staufe! Ach, Georgi! Was für ein Schock! Hat er jetzt genauso schon gesagt? Ach, Georgi, du kleines Dummerchen! Komm her und gib deiner Lilly einen Kuss! Oh, ne? Niederjährige! Schwarze! Dirne! Das ist das Ende meiner Karriere! Aber warum, John? Dafür bist du nicht verantwortlich! Du kannst doch nicht verantwortlich sein für das Privathema vom Präsident Spischer! Raus! Ich bin der Generalsekretär der Partei der Union für Ordnung und Moral! Und ausgerechnet unser Präsident ist in der Erden vollen Irma gestorben! Warte nur, bis die Presse Finte vorbekommt! Frau Köln, könnt ihr so ein süsses Verträge? Und dann könnt ihr die Regenärin! Probierst du den Fenster raus? Nein, bist du verrückt? Dann kommst du wieder runter! Nein! Nein! Ich habe keine Lust, mich vor einem harten Journalisten in der Luft vereissen zu lassen! Aber du musst doch gar nicht vom Präsident Spischer sagen! Sag ihnen doch einfach, dass wir unsere Tochter verheuren unten! Mach du das! Das ist deine Sache! Ja, und jetzt? Wo geht sie hin? Was sind ich denn? Ich habe schon verstanden! Man schämt sich meiner! Ihr schickt mich fort! Verjagt mich aus meinem eigenen Haus! Aber es ist gut! Ich gehe! Ich verlasse euch! Das Monster! Der Freak! Ist schon verschwunden! Wir haben jetzt ja nicht einmal eine Haus geschaut! Die ist sicher im weiteren Haus! Die Diplomaten sind sehr diskreis! Ich würde mich halt nicht anschauen! Wir wollten gestanden und haben zu mir gesagt, Tanzen! Zehn! Ausgesehen! Drei! Puppe! So! Tala! Verlangen! Dettel! Das passiert die Vad ist die der Es tut mir leid, aber der Verkehr, die Staus in der Stadt werden immer schlimmer. Guten Abend, Mr. Richmond. Sie sind also der Vater des kleinen bösen Mädchens, das meinen Jungen gestohlen hat. Guten Abend, meine Liebe. Ach, ich hab's doch nicht so gemeint. Sie ist spät, hübsch. Ach, und bekomme ich keinen Kuss? Ach, wenn wir schauen, was ihr wisst, schüchtert, ich habe sie jetzt schon gern das kleine Liebe-Ding an. Gau, Frau Böhre, und halt die die Uhr drauf. Ich weiß nicht, dass es ist. Ich verstehe, bitte locker. Sind das junge Leute, mein Durme? Ach, ich weiß gar nicht, ich habe noch viel Zähler. Griechen, das sind Griechen. Griechen auf meinem Zähler, ist der da? Ohne Brüllen sehe ich mich da, wie sie ist. Ohne Brüllen, wieso hast du denn hier schon tausend noch mehr? Ich suche mich auch schon die längst in Griechen. Das sind Buben, gell? Ja, das sind junge Männer. Sie haben Jungen auf Ihrem Teller? Kein Mädchen? Doch, lass mich, mein Mädchen. Ach, mein Schatz, natürlich, sie hat recht. Schauen Sie doch mal auf meinen Teller. Das ist doch ein Mädchen hier. Ja, oder dort? Dann haben Sie aber auch schon lange keines mehr gesehen. Das sind Buben, das sieht man doch. Sie sind Blut. Ah, wo ist die Hülle? Das ist aber unglaublich. Immer wenn man sie braucht, findet man sie garantiert nicht. Ah, da ist sie ja. Dann wollen wir mal schauen, was die Buben hier treiben. Absolut. Wenn ein Mütter ihr ihren Sohn hat. Nur nein. Der Gerob. Guten Abend, bis er wünscht. Schöne Hochzeit, hä? Schöne, weisse Hochzeit, mit Glanz und Gloria, mit dem Segen vom Papst, Brommer. Ich sehe schon die Schlagzeile von mir. Genau, das ist der Ritschmund in den Fußstapfen von Präsident Fischer. Ritschmund vergnügt sich in einem Transvestiten-Lokal. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Bei Türen ist sie da geschrieben. Die Föderle können sie gar nicht brauchen. Allerdings wäre es besser, wir wollen eine Konfrontation vermeiden. Und wir sollen das gehen? Ich glaube, wir sollten die Polizei rufen. Nein, keine Polizei. Auf keine Fall Polizei. Eine Leitere. Ich brauche eine Leitere. Hättest du keine Leitere? John, fang bitte den Pfeil-Toten-Leter auch. Das ist meine absolute Ruin. Bade Katastrophe. Ach, der arme Mr. Richmond. Und seine arme Frau. Sie sind in einer total prekären Lage. Das tut gut. Also werde ich wohl mal wieder einen Ausblick finden müssen. Sie wollen hier raus? Ohne Aufsehen, ohne Skandal? Dann folgen Sie mir. John, ach, Henry. Und du doch bitte das lange Rote mit der Perukki für den Mittlerwett. Ohne Aufsehen. Und du doch bitte das lange Rote mit der Perukki für den Mittlerwett. Und du doch bitte das lange Rote mit der Perukki für den Mittlerwett. Men es ist eine Million, eine Million! Untertitelung. BR 2018